Wie kein Date heute? Damit hab ich endgültig abgeschlossen. Echt jetzt? Woher der Sinneswandel? Ich brauch das nicht mehr. Ich weiß jetzt, was ich will und was mir gut tut. Wow, ein Erleuchteter. Nein, aber weißt du, ich hab genug ausprobiert. Ich bin jetzt endlich bereit für eine ernsthafte Beziehung. Hä, datest du jetzt auch? Ich wollte mal meinen Mark wird testen. Bisschen Dirn abstoßen, schadet nicht. Hä, alter, wer ist das denn? Ey, die ist ja der Wahnsinn. Warte, die ist ja endgeil. Warte, die muss ich auch matchen. Und, wie sollte sie aussehen, deine Traumfrau? Naja, die sollte wahnsinnig gut aussehen und eine Bombe im Bett sein. Ja, schon klar, Mann. Aber ich spreche von den Softskills. Mich immer brav mit Bier versorgen? Wir werden's jetzt. Okay. Also, Großzügigkeit ist schon mal sehr wichtig. Geht aufs Haus. Sie sollte Humor haben. Sie sollte selbstbewusst sein. Komm, ich helf dir. Und zupacken können. Und sich durchsetzen können. Jetzt ist aber genug für heute, okay? Vielleicht mir auch mal die Meinung sagen. Sag mal, warst du jetzt eigentlich mal beim Bauamt? Äh, hab ich noch nicht geschafft. Aber sie sollte auf keinen Fall nachtragend sein. Ich finde, wir sollten das Bild jetzt abnehmen. Du hast genug gelitten. Aber das Wichtigste, Benni, ist, ist, dass sie Grübchen über dem Hintern hat. Grübchen. Tim, das ist sie. Meine Traumfrau. Du wolltest doch ein Bier, oder? Also, auf jeden Fall auf dem Land. So ein Haus. Auf jeden Fall. Okay, kennst du den? Holz. Was liegt am Strand und ist schwer zu verstehen? Eine Nuschel! Ja. Ja. Okay, der war scheiße. Oder? Oder? Auf jeden Fall! Wie? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020